Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mario von Wolfssudel. Ich melde mich auch mal wieder und heute mal ein Far Cry 3 Koop Let's Play der DLC Bonus Maps. Die letzte Mission ist das, heute mit Benni und Jojo. Wir wollen nix sagen, gut. Hallo. Das sieht die Kollung. Schwarze Pest. Der Blaublützer. Was ist er? Und den Flachmann, ist ganz wichtig. Ich verliere den Flachmann. Das Geld kann nicht weit weg sein. Vor allem, wie hat sich die jetzt losgemacht, ne? Wer hat's gemacht, ne? Ich, ich war's wieder, ne? Ja, 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 ja. Du bist einfach nur, du bist einfach nur schwarz, mehr nicht. Du kannst dich gut in dein Bett verstecken. Du kannst deinen drauf lassen, komm. Leg dich auf die Erde und du bist perfekt getarnt. Ja. Na klar. Wo haben sie jetzt den Schlüssel her? Ah, jetzt wird's wieder zum sterben, nicht? Wir haben ja übelst viel Power am Anfang. Jetzt haben wir ja erstmal keine Waffen. Nehmen wir denn mal hier die P416 mit Mod. Die ist schon recht stark. Ich frag mich aber echt, wo die jetzt die Waffen auf einmal herhaben, ihre eigenen wieder. Na, die kommen, die siehst du doch bei dem Schrank da. Die liegen da. Warte. Da müssen wir erst noch mal ein paar umlegen. Ach so, die kriegen wir jetzt nicht so. Wichser. Wichser, Hund! Hund! Ah, nachher. Ey, nicht sterben, Leute, ne? Das wär super. Danke. Wofür hat man Kameraden? Wahre Worte. Ah, wir sind gleich los. Ah, wir sind. Aber wie sie sich zurückziehen, die Noobs. Ah, sie sich zurückziehen, die Noobs. Trina? Haha! Den hat's auch weggesprengt. Ah, ah, aaaa! Jawohl, jetzt habe ich meine Waffe wieder. Kampfschreier eingeweihter. Oh, jetzt gibt es wieder deutsche Grafik. Oh, guckt euch das an. Oh, ich kriege gleich Ständer. Ja. Grafikorgie. Wahnsinn. Und das läuft bei mir auf 60 FPS. Dazu gleich eine kleine Randinfo. Habe jetzt seit zwei Tagen eine zweite GTX-X70, also jetzt im SLI-Betrieb. Und ja, läuft super. Und auch seit Anfang Januar, Mitte Januar, neues Mainboard und neuen Prozessor, den 4770K i7. Für alle, die es wissen wollen, für die es nicht wissen wollen, einfach weghören. Das weg! Das sind wichtige Infos, ja. Ich, dass ich... Oh, in die Eier bei dem Typ. Alter, wie viele die grad schlucken! Das ist ja hier kein Schluckparadies. Alter, ich bin tot. Leider. Da will kommst du, ja? Der ist nur ne schwarze Sortes. Achso. Ich seh da aber gar keinen. Es sind lauter weiße. Es sind ja... ...britische Söder. Ja, es war so ein Latino. Es war so ein Latino. Achso. Aha. Aufgeschlitzt. Da läuft einer! Da läuft einer! Oh, Vernichter. Jetzt wirst du vernichtet. Jawohl. Da hinten haben wir... Ah, jetzt geht's doch da hoch. Und ich hab Spritzen, ne? Also, kommt mal her. Winnie. Was hast du da? Lecker. Ja, wirb den Boost. Sehr schön. Hey, Molly, flieg! Molly! Hab ich jetzt fast schon wieder nicht mehr geschafft. Jetzt sind wir jetzt schon wieder da, wo die... ...noops da sind. Wieso komm ich da jetzt nicht hoch? Jetzt, wo du schlecht bist. Ah, wo der Scharfschütze ist, genau. Das wird jetzt lustig. Ich hab leider keine Sniper dabei. Ein Sniper! Runter mit den Köpfen! Ein Sniper! Runter mit den Köpfen! Alter! Ich kraxel da mal hoch. Mach dir leichter und gib einfach auf! Oh, wir sollen alles klauen! Oh, wir sollen alles klauen! Jawoll! Wui! Ha! Bist jeder Hinsicht unterlegen! So sieht's aus! Trotzdem werden wir gewinnen! Wir werden siegen! ganzer Kraft! Viel zu lange habt ihr unter uns gelacht! Und... Ah! Jawoll! Der wird neun! Oh, oh! Schalldämpfer! Hier! Das ist der Ball! Ja, wie er fällt! Oh, scheiße! Ah, ich bin tot! Ähh! Hu! Alter! Guckt mal, wo ich bin! Hä? Ich kugel, ich kugel runter! Ich bin kurz bevor ich verreckt bin runtergesprungen und habe in der Luft gebackt. Jetzt sterben wir sowieso. Nee, nicht wirklich. Nein, noch nicht. Noch nicht. Stehen wir. Noch sterben wir nicht. Erst jetzt. Oh Mann. Was ist mit dir, Benni? Wie viel weniger gebraucht. Benni stirbt nicht. Checkpoint. Ah, ist das geil. Wo kommt denn der her? Wo kommt der Gegner jetzt her? Der kämpft da unten. Benni, siehst du den? Wer kämpft wo? Da unten ist ein Gegner, wo wir liegen. Ach so, haben wir wo wir sehen. Warte, der schießt vielleicht. Nee, steht nicht. Ah, danke, jetzt sind wir wieder da. Geil. Gut. Ah, jetzt kommen wir wieder die fetten Hunde und die Sliper. Und danach kommt noch Seto, oder nicht? Keine Ahnung. Der befährt uns dann wieder. Beinahe. Ich sehe euch. Ich meine dich auf. Beinahe. Ich sehe euch. Beinahe. Ich sehe euch. Kopfschuss. 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 Äh, wo waren denn nochmal sch- Oh. Ah. Wo sind... Ah, da sind die Spritzen. Wir haben Spritzen für uns gefunden. Wer hat Drohung für mich? Wer hat Drohung? Was hast du da? Das Beste. Das Seto. Mau zedang. Hey, da können wir ja auch hoch. Wusste ich gar nicht. Das ist sogar ein MG. Da können uns ja die Hunde gar nicht. Haben wir das noch nie gemacht? Betriebe. Okay, zwei. Der Gleitsch, komm. Oh und. Ganz. Ach, mal vor allem. auch tot das mg ist echt super sehr präzise dann kann ich auch schön die hunde erwischen von hier oben so ist mir das vorher noch nicht aufgefallen jetzt kommen die hunde der ist tot auch tot wo ist denn der ah ich bin tot Jojo hilf mir schnell Jojo pass auf Sniper oh 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 hilfe hilfe nö alle fort wieder ich hole den Sniper der eine rennt der eine rennt und schießt direkt im Boden rein ja ja beim rennen lauter lauter Thriller wo ist der letzte jawoll hilfst dem benni äh jojo es zerblutet unser kamerad noch voll in die kühle ah so kommen die ganze Sniper her kassi kassi alter wievieler kommen ha neuer graf kassi wahnsinn ein 6 fach glückreich geschafft bist du noch da jawoll endlich puh klatsch in vordernd bei Odin was bei Odin mhm ah wie er guck mir den hund an benni guck mal her wie er da liegt guck mal her haha genial hä hahaha wie er schreit ja wack alles verbuggt einfach nur äh sind wir jetzt da wo mit den Granatenwerfern mit den Granatenwerfern mit den Granatenwerfern mit den Granatenwerfern alles klar Jungs macht sie platt mhm kann was für mich sein wieder hm ja das verliere ich auf jeden Fall weil es hasse ich das das triffst du überhaupt nix na los komm doch ja aber die einzigen die ich mir hole sind die auf dem Dach Hilfe 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 Schwarz Schwarz Alter pass auf auf'n Dach sind sie verrückt oder jetzt legt er wieder nach billig teil Jawoll Ja, wieder nachladen Juhl hüllt auf Jawoll Ah, da unten ist einer Der ist auch weg Was? Doch, jetzt ist er Jawoll Ja, das Ziel musst du erstmal drin haben Sonst Das ist gar nicht mehr so einfach Ja voll, ich hab sogar noch einen getroffen von da hinten Wahnsinn Du hast wirklich nicht viel Glück Hast du es jetzt? Jo Sehr schön Was? Da kommt eine Rakete an Hammer Es kann nicht mehr weit sein Es kann nicht mehr weit sein Jetzt pulverisieren wir mal ein paar Töte die Selten, na ohne Waffe oder was? Jetzt hab ich eine Jetzt hab ich eine Ah, da sind wir schon die ersten Alter, NoobTuber Hund, 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 Hund Hund Warte Der Drexhund echt Hallo, stirbst du mal? Danke Was? Äh, Jojo Die haben die nicht gesehen Durch das Fenster Das war ein kleiner Spalt, wo die mich durchgesehen haben Ja ja Ich renne zu dir, Benni Da durch dieses Fenster haben die mich gekillt Das nicht noch mal Doch welches? Glaubst du es? Durch das hier Achso Lass mich mal, lass mich mal raus, danke Hier liegt etwas Lug Endlich Da brauchst du einige Schuss mehr mit dem Schalldämpfer. Jetzt stirbt doch mal! Wer will nicht? Nein. Dann wässere ich ihn einfach. Check! Achtung, Loopschützer. Alter! Seidrutschenkill, das war eher Glück. Wahnsinn. Jetzt kill den nochmal hier! Wahnsinn. Holt Hilfe! Ja, kill du ihn! Warte! Jawoll. Da unten ist Muni. Ne, draußen ist die Muni. Danke. Da kommt ein Vetter! Dicker Klops. Ja. Ich sehs. Oh, ein Kuchen. Den hieb ich so hochziehen würde! Alter! Oh, bis die mal hochzieht hier! Achtung! Kopfschuss! Dürfen wir jetzt weitergehen? Ne, warte noch! Warte noch! Äh, irgendwas müssen wir da noch machen! Ich glaube nicht! Ja doch, sonst willst du weitergehen! Oder einfach nur, weil's verpackt ist! Da ist noch einer! Jaaaa! Das ist nur einer, oder? Es gibt noch 20! Ja, jetzt! Scheiße, ne? Ja, richtig schlimm! Na, der Kontrast! Das haben sie viel zu stark gemacht! Wie satzgrün das ist! Das ist so richtig comic-haft! Von da oben! Alter! Wie viele kommen denn hier? Hilfe! Einer kommt da raus! Wichser! Wichser! Stirb! Was ist denn da? Aus'm Auto raus! Warte, ich heil mich erst mal! Damit ich dann die auch treffen kann! Was?! Oh! Alter! Ja! Jojo, kill da! Jojo! Jojo! Oh, scheiße! Heil die erst mal hier! Wahnsinn! Gut! Du bist geheilt! Und? Lauf mal schnell zu Benni! Der ist gleich weg! Der einen dreht sich grad um! Jo! Der dreht sich um! Genau, rechtzeitig! Schnell, Jojo! Schnell! Alter! So knapp immer! Ja! Danke! Ihr seid ja wahr! Shit! Benni, komm schon! Ja! Mann, der has money hoppt! Der wieder hin! Schaflüsse! In Deckung! Das lieben wir alle! Ich hab ihn! Was?! Der ist weg! Der ist auch weg! Der nicht! Jetzt! Diese Noobs! Mann, 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 Mann! Puff! War aber schnell! Oh, da ist sie! Mein geliebtes Boot! Ganzes Leben steckt da drin. Und jetzt? Heute, Männer haben mein Volk sicher da vorne verstaunt. Wir treffen uns da! Heutz! Ihr höheres Boot in der Luft? Auch nicht schlecht! Los jetzt! Dauert nicht mehr lange! Vorsicht! Vielleicht stoßen wir noch auf Piraten! Wir stoßen auf jeden Fall auf Piraten, sonst müssten wir das nicht mal spielen. Ja. Das ist... ...mal sicher, ja. Ah, jetzt wartet er wieder! Stirb doch einfach mal! Hallo! Willst du mal sterben? Du willst nicht, okay. Malta! 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 Ja, jetzt Maul! Ich bin ein guter Schütze! Das Gebiet ist sicher. Wir rücken weiter vor. Oh, nein! Ich hole mir jetzt ne... Ne 416, sonst schaffe ich das nicht mehr. Ah, jetzt kommt hier schon der letzte Punkt. Ah, das wird aber nochmal heftig. Spritzen wollte ich schon sagen. Ne, Bomben. Bis dahin? Ah, da ist er. Da ist er. Ich nehm mal gleich die Bombe hier. Bin schon da! Habt keine Angst! Hm... Ah, die muss ja nach ganz unten, nicht? Ah... Blöd. Gib mir mal Deckung. Kommt einer mit. Da hinten ist einer. Ah... Jo, hinter mir! Jo, jo! Ich muss jetzt den vorne ausschalten. Noch einer da, hinter dir! Pass auf! Jo, hinter dir! Ah, scheiße! Bin ich auch so weg? Boah, Hund! Ja, ich weiß! Du holt ihn dir weg! Na komm schon! Nimm halt die zweite! Willst du nicht die zweite Rakete nehmen? Hallo! Ich will die nicht nehmen! Ich will die nicht nehmen! Ich will die auch nicht nehmen! Wir passen her! Witze! Das ist nicht deine Kragenweite! Noch einmal zwei! So, ich komme mit der anderen! Nein, nein! Oh, jetzt fällt er ins Wasser! Willst du mich verarschen? So! Äh... Drei! Hang! Boom! Du! Habt keine Munition mehr! Du musst nachlassen! Wir haben es fast! Hohr mir! Alter, wie ich den runtergelixt hat! Sniper! Auch weg! Noch einer! Vorwein! Auch weg! Oh, hier sind ja Drogen! Egal! Schlitzer! Schlitzer! Wo er hinrennt! Wo er hinrennt! Oh! Oh! Flammen! Flammenwerfernuss kommt! Oh! Fuck! Warte! Feier in den Boden! Kommt er mit! Haha! Headshot! Tot! Hallo! Mit dem Mixer! Du Hackett! Deine Zeit war gekommen! Jetzt komm schon! Wo ist der jetzt hin? Schnauze! Äh... Deckt er mich? Ich nehm die Bombe! Ne, die Rakete mit! Gut, dann halt nicht! Dann halt sterben! Friedvoll und bereit! Ich wusste, dass ich euch wieder finde! Ja, schnell, schnell killen! Jetzt bin ich tot! Killt ihn! Schnell! Sleep down! Super! Hallo! Keine Muni mehr! Scheiße! Ja, ich... Ich trag's ja hin! Jetzt ist das eh vorbei! Außer du willst... Penny, außer du willst die letzten paar Meter! Ne, ne! Aber ich messere noch einen! Zack! Zwei Boosterspritzen wären da! Für jeden! Dann hätten wir insgesamt... Jeder... Vier! Wahnsinn! Flatsch! Schau'n Hund! Huiiii! Vorbei! Ah, ne! Wir müssen ja den noch killen! Booster! Granater! Das war meine! Oh, oh! Soll... äh... Panzer! Alter! Die Nektar zieht dem ab! Paar Munition! Ah ja! Noch und ein... Nein! Es sind schon zwei! Nein! Er ist aber gleich tot! Munition ist alle! Ich lade! Oh, scheiße! Nein! Nein! Noob! Noob! Scheiße! Renn, Benni! Renn! Oh, ja! Oh, nein! Ich sterbe noch! Nein! Jetzt würde ich mich wieder aufhängen! Nein! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ah, ne! Hätte ich eine Munition gehabt, das ich mehr machen könnte! Ja, ich mit der Vector mit Schalldämpfer, kannst du klicken! Du hast die... Da hast du keine Power mehr! Da vorne ist ein Boot! Wir müssen es zerstören! Wahnsinn! Scheiße! Hast du lange geübt dafür! Oh, Entfrieden! Hätte ich nicht um! Hä? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Hm? Könnt ihr auch nicht zurück? Könnt ihr auch nicht hin? Äh, lol! Doch, jetzt geht's! Konnte gerade nicht! Ich war gerade außerhalb im Kampfbereich! Hey, so ein Schwachsack! Ja, der ist ganz eng beschränkt hier! Das ist wieder so ganz typisch! Ja! Keine Freiheiten, gar nichts! Was soll so aussehen, aber... Du musst dich ganz strikt an die Scheiß-Wege halten, die es ins Spiel vorgibt! Ja! Damit man auch ja nicht zu denken anfängt! Mhm! Es könnte ja doch einen alternativen Weg geben! Ja, eben! Besseren! Könnte vielleicht ein bisschen Spaß haben daran, dass es nicht immer das gleiche ist! Ja! Ja! Aber hey! Das ist aber so! Der Mainstream, der steht auf die Scheiße! Mhm! Ja, wie COD! Wo sie auch immer solche tollen... Umfelder produzieren, wo es dann aussehen soll, dass man die Freiheit hat, aber wo es eh nur einen Weg gibt! Wo war das auch noch so brutal? Wo es nur... War das nicht sogar beim neuen COD? Das war dann MB3 damals! Ja! War aber Jens wieder okay so! Na, da haben sie ja versprochen, dass es jetzt offener wird oder so! Naja, von wegen! Es gibt halt jetzt... Es gibt... Man kann halt in eine Gasse, die in der Sackgasse ist, aber das war es dann auch schon! Achtung, Hund! Jawoll! Hundekiller! Achtung! Der eine spielt auf die Wand! Der ist tot! Wohl die letzte Rakete! Wo ist die denn? Ah, die ist da drüben! Oder? Ja! Beim KUrbahn! Beim KUrbahn! Wixer! Hilf mir schnell! Hilf mir! Alter! Noch einer! Und kill dann gleich mal den der Junge! Da ist ein Arzentyp! Da ist ein Arzentyp! Scheiße! 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 Schnell! Hilf mir doch zuerst! Ah, danke! Los! 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 Dann kannst du keinen nicht bewegen! Unsichtbare Wand! Geh weg! Das hier die Ablenkt! Ich kann die Bombe in Ruhe dahinbringen! Okay! War eh schon die Letzte! Ich denke immer nach der Letzte vorbei, weil wir müssen die nur alle killen! Der ist weg! OPs! Platziert, oder? Ja! Awww! Wie ist ihm den Kopf zerfetzt? Eigentlich müssten wir jetzt doch zwei gepanzerte auftauchen. Ja. Vielleicht. Sollten aber nicht. Genau, müssten aber... Ah, da ist einer. Da ist er ja. Achtung. Ah, noch einer. Nummer zwei, tot. Oh, scheiß den Hund. Komm mal schnell her. Oder? Der Cut welche, der... Scheiß den Hund. Jawohl, ich habe ihn sogar geledigt. Nein! Hab, Benni! Jojo. Das war allgemein. Könnte ich nicht mehr aufstehen. Yes, see. Ist jetzt endlich tot. Und jetzt? Ah, Nachzügler. Jawohl. Wieso habe ich einfach eine AK in der Hand? Ja, schlecht. Wieso habe ich auch eine AK in der Hand? Neun CPA. Wie sich freut. Ich glaube, das ist auch der Synchronsprecher vom Gollum. Der kann das so gut nachmachen. Ich habe was gefunden. Gucken wir uns mal an. Eine CD, Speicherkarte und ein Stick. Gucken wir mal auf die Statistik. Level 44. Ordentlich. Wahnsinn. Geht voran. Köder Scouts. Das Scout-Team in der Luft sendet dem Feind falsche Informationen für seine Karte. Aber das ist ja nur für den Multiplayer, soweit ich weiß, oder? Oder? Und ist... Wie sieht's aus? Jawohl. Alter, 17 Kammstreit. Bist du dicht? Mäste Kills, Wettbewerbsgewinner, Kopfschüsse. Sehr schön. Gut. Haben wir es auch mal geschafft. Jetzt sind eigentlich alle da durch, ne? Dann müssen wir jetzt von vorne mal auf schwer starten. Bist du dicht? Ist ja krank. Na gut. An dieser Stelle. Mission ist zu Ende. Let's Play auch. Ja, tschüss, ihr Nigger. Macht's gut. Das nächste wird dann mal vielleicht... Ja, ich werde vielleicht noch die Let's Plays von Crysis weitermachen. Da, wo es damals gehangen hat. Jetzt funktioniert es ja wieder. Sehen wir uns da vielleicht. Auf jeden Fall kommt die nächste Zeit wieder was von uns, ne? Also, macht's gut. Servus. Servus. Servus.